Perfekt. Ich bin die stinkende Katze losgeworden und die Luft ist rein. Es geht bergauf. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht? Das hab ich mir also nicht eingebildet? Du bist verflucht. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Das war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich drei Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Du bist schon bitte drei Jahre alte Mayonnaise. Niemand verflucht, Randall. Echt? Ich dachte mit dem Namen wäre schon selbst verflucht. Tschüss, Mrs. Groza. Grüßen Sie Mr. Groza von mir. Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh. Das war knapp. Ich glaub, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh. Der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich hab ich nicht vergessen. Kleinen Moment. Ich check nur kurz, ob alles da ist, wo's hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir ein Stein ins Gesicht geworfen hab oder sowas. Oh ja. Excuse me, I'm trapped in time already. Complete episode of once. Okay. Woll ich grad bloß nachschauen. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier. Ich könnt mir die Augen ausheulen, wenn ich Veganer wär. Ich trag nicht gerne Müll ein. Oh, Klebstoff. Manchmal gibt's hier was Nützliches. Aber meistens ist da nur Müll. Oh, der Hund. Der sieht so süß aus. Er hat so ein riesiges Auge. Hierher. Beifuß. Kommt zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Hey. Ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaub, er heißt Barclay. Ja, anscheinend. Ich glaub, da find ich nichts Nützliches drin. Ein stinkiger Müllcontainer. Da fass ich bestimmt nichts an. Dann reden wir mal mit dem Penner. Du bist also ein Penner, hm? Und du bist. Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse. Die Katze ist da lang. Oh, Mann. Armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu. Dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr. Wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Hör du mal zu, Penner. Ich hab da zwei Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Ah, was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaub, den hab ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, hab ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Aha, du hast dich grad verraten, alter Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kannst kaum erwarten. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du. Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese lahmen Sprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Ruhe. Tut mir leid, dass ich keine Hilfe von einem irren alten Penner, der Leute anschreit, annehme. Ich hab schlechte Erfahrungen damit gemacht. Okay, aber nimm wenigstens meine Karte. Wenn du Hilfe brauchst, ruf einfach an. Das hier? Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Da steht keine Telefonnummer drauf. Egal. Na bitte. Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Scheiß Flugratten. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Kein voll bei der Sache zu sein. Gucken wir doch mal in den Müll. Nichts von Interesse. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Beschlossen. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Was ist los, Kuntle? Du siehst ziemlich fertig aus. Alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, weil ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wondermatic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht... Ah, verstehe. Na ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Hm, sieh an, noch so eine verlorene Seele. Ah ja, auf zur U-Bahn. Nur ne Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Nichts von Interesse. Defekt. Shit, ist defekt. Oh, das ist spre... oder? U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Meine fiese alte Schachtel hat die Kontrolle über den Schalter übernommen. Tun Sie doch was! Ich weiß nicht, wer du bist. Aber verpiss dich! Das nehme ich... Zutritt verboten? Mann, jetzt will ich erst recht wissen, was da drin abgeht. Ein Ticket, bitte. Aha, sechs sind recht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komm zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, drei Buchstaben, Bauernhof-Tier. Scheiße, Entschuldigung. Könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick, bitte. Ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll drin bleiben? Ein U-Bahn-Ticket, bitte. Hallo? Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Aber natürlich. Oh, Spitz. Es ist also einer dieser Tage. Gott, ich sollte heute nicht mal bei der Arbeit sein. Nein. Eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, sechs Buchstaben. Was? Mal sehen. Elf Buchstaben senkrecht. Fängt mit I an. Inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, hey, Moment, legen Sie ja nicht auf. Wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt. Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh. Fünf waagerecht Bauernhoftier. Vielen Dank. Wissen Sie was? Ich erzähl mich. Es bricht mir das Herz. Hm. Äh. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, so weit es geht. Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Ähm, naja, nichts. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen langweilig aus, weil ich ja weiß, was ich jetzt machen muss, aber... Das ist der Hörer, an seinem angestanden Platz. Das wirst du nicht mehr brauchen, Schnuckelchen. Die Mutter à la Tra... Was sollte ich... Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Ah, ja. Stehenbleiben! Sieh an, sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Na ja... Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Also, ich bin ein armer, auch glückloser irischer Einwanderer. Oh, großer Gott, was soll das nur werden? Hey, ich bin auch irre. Was für ein Zufall. Wo kommst du her? Aus... Aus... Laugher... Reddown. Aus... Aus dem Norden... Ganz aus dem Norden... Belly... Money. Nicht wirklich, oder? Da komm ich auch her. Das heißt, dein Mathelehrer war der alte Duncan McLantis. Richtig? Oh, ja. Mr. McLantis. Was für ein Kerl. So viele Erinnerungen. Ha! Erwischt. Der alte Duncan McLantis, der zweite, war ein Erdkundelehrer. Haha, hab dich dran gekriegt. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Hm. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Murray lesen gelernt hat. Vergiss es. Ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich's heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Wie sind's auf die ganzen Bildern, Murray drauf, ihr irgendwo Würstchen grillt? Die interessieren mich nicht. Hey, Moment mal. Arrakis, Schloss Wolfenstein, Tron, Area 51. Wow. Sie sind ja ein richtiger Weltenbummler. Und Grillfenn. Was? Damit ich zeige... Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Ich schätze so etwa sechs Whoopi Goldbergs. Genau. Denn man misst auch Globusse in Whoopi Goldbergs ab. Hey, Mini-Marie, du gehörst jetzt mir. Der Globus ist aus dem Gleichgewicht geraten und wackelt von der Erschütterung der Züge. Ich glaub, der Bolzen hat sich etwas gelockert, aber löst sich noch nicht ganz. Nee, kürz' ich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Hm, ich hab da doch so fettiges Papier. Mal sehen, was passiert. Und los geht's. Oh, na toll. Verschwinde ihr, Junge. Jetzt Murray ganz aus der Arten. Armer Kleiner. Er ist völlig fertig. Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit. Und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Endlich hab ich mein Ticket. Randall wins. Randall-1-0, äh, Randall-1-Betty-0. Würd' ich mal sagen. Dann auf zu Amazon Express. Feindliches Radar kann sich nur entdecken, wenn du sprintest oder deine Waffe abfeuerst. You shall not pass. Vor allem mit Gundeifton. Das ist ganz... Äh, nein. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killer-Krokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden's wohl nie erfahren. So paar Ninja-Muton, äh, oder? Muton Ninja Turtles? Ich hab keine Ahnung, wie die nochmal genau heißen. Passe. Koala-Con. Eine Koala-Convention in der Dr. Fred Edison Street. Hey, da wohnt Matt? Aber, ich würd' sagen, an der Stelle würd' ich mal aufhören. Ich speichere jetzt mal schnell. Weil wir haben jetzt schon 22.49 Uhr, äh, ich sag' 22.50 Uhr, aber, naja. Aber ich würd' dann mal sagen, wie gesagt, an der Stelle werd' ich jetzt mal beenden. Bewerte die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lass gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, Praise the Sun, Yau, und bis zum nächsten Mal.